stay at home das ist die devise und wir haben das dach aufs t-shirt geholt aber natürlich weil uns nicht langweilig ist mit einem smiley mini ramp und ja stay at home challenge muss ich natürlich den titus mitmachen schon jahrzehnte nicht gemacht er stammt aus der zeit wo auch das wort herstammt ein cs bull rider anfang der 80er jahre und jetzt bin ich ganz gespannt ob ich das überhaupt noch hinkriegt und ja mal gucken ob ich das auch noch geschafft